Und da sind wir wieder bei einer neuen Teamfight Tactics Folge. Das letzte Mal haben wir ja den dritten Platz erreicht. Und jetzt haben wir mal mit Lysandra angefangen. Mag ich wegen ihrem Ultimate, weil das hat sie wie bei Law halt auch, dass sie halt Andreihen frieren kann oder halt sich selber, wenn es enger wird. Ist aber jetzt nur blöd, dass sie hier die VG-Klinge trägt, weil eigentlich wollen wir die einem Adela geben. So, jetzt haben wir hier, der hat so einen Bogen gedroppt, da könnt ihr mal gucken. Wird halt zu der göttlichen Klinge, kann halt Crit machen. Hier wird es zum Blutdürster, der halt heilt. So, hier können wir jetzt, kriegen wir auch jede Runde neu, würde ich sagen. Ich mag hier die, in der nächsten Runde jeder Champion, siehst du hier, hat so zwei, wie heißt das, Fraktion, wie auch immer. Zum Beispiel hier, Glashiel, also ich nenne es mal Eisgeboren und Elementalis. Und er hat halt hier Wild und Brawl, also Schläger. Und Nidalee hat halt auch Wild. Und die geben sich dann hier, siehst du das, die Synergien in deinem Team. Das heißt, wenn wir dann zwei Wild haben, geben die sich gegenseitig, was heißt das Wildheit, was... Oh, Trainer. Oh wow, wir haben echt gute E-Tents. So, dann kann jetzt Nidalee mit Rocks, siehst du, jetzt habe ich hier den Buff. Und hier haben wir noch einen Warwick, den wir uns gut nehmen. Wir suchen... einen... Nee, Moment. Ich glaube, wir haben es ja sogar. Was ist denn hier aus Blutdürster? Schutz-Engel. Spielst du aber ja mit Minions, oder? Ja genau, die erste Runde spielt man gegen Minions. Oh, das ist ja nett. Äh, die ersten drei Runden spielen wir gegen Minions und dann gegen richtige Gegend. Ah, hier haben wir einen Warwick, da haben wir RSS-Gruppe 2. Nehmen wir noch einen gleich mit. Äh, Geld sparen wir so gut wie es geht, weil je mehr Geld du hast, umso mehr Geld bekommst du in der nächsten Runde, wie den Kreditanlage, wie auch immer, wie auch schon mal, Zinsen. Ähm, ich weiß leider nicht auswendig, welches sie denn zu was wird, weil theoretisch würde ich Lissi gerne den hier geben, den Recurve-Bow, und dann braucht sie, glaube ich, den unnötig großen Stab für die Wutklinge, damit sie halt mehr Attack... Weil Mana wird über Angriffe ausgelöst, nicht, äh, ja, so wollen alle irgendwie ein bisschen Attack-Speed oder Ähnliches haben. Nein, kriegen wir. Und guck mal, Nidalee verwandelt sich sogar. Was haben wir denn so für Gegner? Was haben wir hier? Wild. Nehmen wir noch mal dazu. Und hier haben wir noch ein Glash hier, für sie dann. Jetzt können wir mal kurz gucken, die Gegner haben... ...physischen Schaden, großteils, also bekommt Warwick. Das hier und das wird daraus. Damit könnte er Gegner entwaffnen. Und damit kriegt er keine kritischen Treffer mehr. Alles ist eigentlich ganz nett im Grunde. Aber wir gucken erst mal. Ah, siehst du hier, die Nidalee hat das schon. Das heißt, der Angriff wird mit jedem Angriff immer schneller. Aber soweit sieht es ganz gut aus. Und wenn wir eine Siegers-Serie haben, bekommen wir auch extra Gold pro Runde. Aber soweit sind wir noch nicht. Warum eigentlich noch nicht? Okay, was haben wir hier? Nichts. Wir haben ein Level ab. Jetzt haben wir drei Wild. So. Das Entwaffnen wäre natürlich nicht schlecht, aber im Grunde kommt er eh nicht an die Fernkämpfer ran, daher. Na, na gut. Ne, Moment. Er macht viel mehr Sinn. Dann haben wir nämlich zwei Glash. Ah, guck mal, Shen hier sein Ding ist, dass er nicht mit dem Angriff sein kann. Aber bis jetzt funktioniert es ja alles noch. So, jetzt müssen wir wieder was nehmen. Wir müssen das letzte was groß nehmen, weil wir erster sind. Also der letzte zuerst, der erste zuletzt. Wir bräuchten diesen großen Stab hier, den da. Der auf Luschen da rumroppt. Mal gucken, ob den jemand pickt. Was nehmen wir denn stattdessen? Die Träne? Wo nehmen wir die Träne? Oh, oh, ja. So. Wobei wir Shyvana theoretisch auch verhalten wollen, weil sie auch Wild hat. Aber die Träne ist uns gerade ein bisschen wichtiger. Hier haben wir noch eine Ari und eine Nidadi. Dann geben wir jetzt... Ups. Ari die Träne. Das heißt, die Statik-Stich. Jeder dritte Angriff macht halt 100 magischen Splash-Damage. Ach komm, nee, mach mal nicht. Wer verschwinden. Ach, ich hoffe, das war gerade gar nicht so gut für die Statik-Stich. Eigentlich wollte ich die Wutklinge haben und irgendwie... ...dach die spontan fixen. Kass hat ihn, dass die Probleme schon, weil er trotzdem nicht Mahne auskommt. Das heißt, unsere, äh, die Samba kann ihr Ultimate durchfüllen. Können wir verloben. Ah, da war ein Baum. Hup, nicht gesehen gehabt. Brogg, Lissig. Da haben wir Wollibear. Noch ein Life Shield dazu. Gucken wir mal so. Wir können nur 4 grad aufstellen, hier siehst du unser Level ist 4, das heißt wir können 4 Figuren aufstellen. Man kann an sich auch Level kaufen, um sich da mal einen Vorsprung, aber das ist relativ teuer. Momentan wollen wir so viel Geld wie möglich fahren. Das Geld bleibt, wir kriegen halt mehr dann, wenn jetzt ist es bei dir war, also es ist am Anfang gar nicht so schlimm, wir können nur 3 Schaden, oder 5, starten mit 100 HP, wir haben noch 89, alle soweit erstmal kein Problem. Da haben wir eine Lippe, eine Aris, und damit haben wir jetzt sogar 3 Stufe 2er. So, und ein Warwick Stufe 2, also wir brauchen noch eine Nidalee, du brauchst 3 1er, um einen 2er zu machen und 3 2er, um einen 3er zu machen. So, deswegen sparen wir hier schon mal ein bisschen, wir brauchen noch einen Warwick, dann haben wir schon mal 2 2er und dann noch mal 3. Also ist relativ viel. So, das wäre cool, wenn wir das Level hier schaffen. Das ist immer relativ schwer, vor allem wenn man Geld spart. Oh, da haben wir eine Pläne. Das sind natürlich nicht mehr. Aber das Item, oh wow. Wir haben das, was wir schon noch gefunden haben. Jetzt brauchen wir noch einen Recurve-Bow, müssen wir mal gucken. Also Recursive-Bogen, der Angriff ist wahrscheinlich nicht mehr. Oder wir machen halt das Mana bekommt sie und daraus würde Lunes Echo sein. Aber machen wir gerade nicht. Und jeder wird... Ach, das stimmt. Haben wir hier was? Wir haben eine Ash gefunden, schon mal. Die nehmen wir auch schon mal hin. Und nächste Runde können wir eine weitere Figur aufstellen. Da werden wir... Denk ich mal Volibear. Ja, nehmen wir Volibear. Wir gucken einfach mal. Oh, da ist fast. Ja, das war ganz souverän. Lief gut. So, jetzt haben wir ein Level ab. Wenn die anderen dann mal fertig sind, sind wir die Runde. Jetzt. Hier haben wir noch einen Warwick gefunden. Und jetzt stellen wir... Volibear auf. Jetzt siehst du, wir haben jetzt zwei Glashchen. Wir haben jetzt eine 20%ige Chance, die beiden den Gegner zu betäuben. Mit Angriffen. Ne, wir warten noch. Wir gucken mal. Hier hatten wir jetzt sogar drei Veins. Also wir hatten automatisch eine Stufe 2 Veins. Was eigentlich ganz nett wäre, aber... Ah, da haben wir einen Set. Der wird uns nerven. Jetzt sind wir... Wir safettet dran. Wir haven't aber packen. So... Oh, nett. Nächste Runde kommt wieder ein Rundell. Da müssen wir gucken, wir brauchen einen... wieder einen schnellen Angreif. Einen Regrowth Ball. Oder noch eine Träne würden wir auch nehmen. Oder halt im Notfall noch was dann für Warwick oder wahlweise für Volibear würde er auch noch sehen. Mal gucken. Oha. Die sind ja nervig aus. Ah, das schaffen wir nicht, glaube ich. Oder vielleicht doch. Doch. Wir haben gerade gegen den Ersten gewonnen. Okay. Wir bräuchten den Zed dort. Oder den Gangplank. Ja, den Zed oder den Gangplank. Oder die Vayne. Ja, ich finde das wirklich sehr niedlich gemacht. Gangplank ist noch im Spiel. Nicht mehr lange. Oh. Dann nehmen wir... ...den hier. Leider... was wir dann hier bekommen. Das brauchen wir nicht. Hier, das war ein Gegner am Start des Spiels verbanen. Das ist natürlich ziemlich nett. Aber wir haben nicht mehr wirklich viele... Ich krieg's jetzt Ludens Echo. Und er... den Cepier. Aber noch relativ gute... guten Start, wenn wir erstmal einen aus dem Kampf nehmen. Ja. Ja, ich hoffe. Oh. Das war schon ein bisschen knackig. Das war vielleicht nicht unbedingt so aus, aber das war schon... jetzt haben wir gar nichts. Aber wir haben über 50 Gold. Das heißt, wir können ein bisschen rollen. Ja, man. Das Hejuani ist natürlich nicht schlecht. Nehmen wir einfach mal. Nehmen wir noch ein Brauch. Gut. Mehr geben wir erstmal nicht aus. Haben wir wieder 48. Haben wir nächste Runde. Kriegen wir das dann wieder vor. Ach, die hatten wir doch gerade schon gut. Okay. Ah, dieses Mal haben wir aber zwei getötet, bevor Lulu überhaupt angefangen hat. Ach, jetzt hat er eine 3-A-Tristan. Jetzt kommt der Drache. Ich weiß gar nicht was. Der bringt, ehrlich gesagt. Er bringt keinen Item und kein Geld. Oder ich weiß nicht, ob er einen Item droppen kann. Hat er zumindest bei mir noch nie gemacht. Hier haben wir wieder nichts getroffen. Ah, ne Ashy. Leo ist zwar ganz nett, haben wir aber im Grunde keinen Fass. Wir können jetzt mal ein bisschen pushen. Dann haben wir nämlich 3 Glashjeld schon mal auf dem Feld. Wobei... Dann nehmen wir Sejuani erstmal. Und Ashba halten wir noch hinten. Die nehmen wir dann als nächstes mit rein. Das hier ist übel. Die sind... eklig. Oh, ich breite mich mal auf. Da werden wir jetzt... Einmach und... Jetzt hat's ja noch ein Rabatton. Hier haben wir nichts getroffen. Also das warten wir jetzt erstmal wieder ab. Und bauen wir später noch ein Item für Warwick. Irgendwas. Ja, irgendwas im Grunde. Ist fast egal. Also das kann man er aus. Oh... Also das war das erste Mal. Als nächstes Mal ist es so schnell. Ich weiß, was ihr das angelnht? Und dann haben wir jetzt noch einen Element. Aber Aureon Zul ist schon echt gut. Er kann echt Schaden machen. Aber so weit funktioniert es ja noch ganz gut. Nidalee hat halt den Vorteil wenn sie sich verwandelt bzw. in Mana verterteilt sie das Gefühl mit den wenigsten HP. Ich kann mal wieder Broklin. Den Volibear brauchen wir. Dann werden wir Braum ja nicht mehr benutzen im Grunde. Oder doch als... Ne wir nehmen dann eher Ash noch dazu. Ash oder Braum dann noch? Ere die Frage. Dann nehmen wir Braum weg. Hier haben wir noch eine Ash. Jo. Nacht ist wieder der Aureon. Auch da ist wieder Draven. Draven macht ziemlich viel Schaden. Zählt wohl somit als die stärkste Einheit momentan wegen seinem Passiv. Passiv. Ah Volibear. Sehr schön. Braum brauchen wir nicht. Dann haben wir noch ein Vorfeld. Und noch ein Volibear. Ähm. Tja wen verkaufen wir dann? Keinen oder? Ah da haben wir nur einen Volibear. Ist natürlich blöd. Die kleine Ash? Die kleine Ash? Oh der Warvek da hat ja immer. Wie viele Tatsache. Auf. Und uns geht's geldtechnisch echt gut. Wir könnten jetzt theoretisch auch darauf pushen dass wir die Ash aufs Feld stellen können. Anstatt zu würfeln wäre auch eine Möglichkeit. Das könnten wir sogar wirklich machen oder? Ah ja. Oh da ist eine Kaylee. Kaylee ist auch sehr stark. Aber wir werden die Träne hier nehmen. Dann hat nämlich Warvek gefrorenes Herz. Das wäre dann gegen die ganzen physischen Typen ganz gut. Also falls wir rankommen. Mal gucken. Okay. Ähm. Dann. Oder wir geben ihm hier die VG Klinge. Nicht. Wir probieren. Guck mal was aus zwei riesengötteln wird. Ob war Worm auch bekommen. Oder so. Ach. Jetzt. Jetzt sehe ich unser Dings nämlich nicht. Das ist nämlich voll blöd. Das heißt wir müssen kurz. Einfach. Hä? Ein bisschen seltsam. Ah ne. Okay. Genau. So. Und wir haben immer noch Kaylee. Wenn da sogar noch einmal los ist. Da haben wir brauchen wollen wir ja nicht. Ach jetzt ist er hier auch Tier-Assassin umgefliegen. Die sind ziemlich fies. Die sind ziemlich fies. Hallo? War magischer. Was ist das? So. Jetzt können wir hier wirklich. Gucken da es war. Oh. 3 erbogen. Da haben wir eine C2 Arnie. Auch eine L. Oh. Jetzt habe ich viel zu oft gewirbelt. Schön. Hm. Dann warten wir mal wieder. Machen wir es mal so. Mal gucken. Mal gucken. Oh. Nein. Ich habe gar nichts tun. Aber. Das war aber schon. Das war schon knapper. Ah, ich glaube bis jetzt ist es noch nie so gut gelaufen. Können wir nochmal so fü- oh! Sehr gut. Wir machen das mal so. Ne, Nidalee bleibt hier hinten, das passt so. Hier haben wir noch ein Gnar, das wäre für wild, dass es drei sind, aber das bringt nicht viel. Im Grunde wollen wir gerade gar keinen weiteren Champion haben. Wir werden das dann wahrscheinlich so fertig machen. Jetzt suchen wir wirklich nach Champions. Aber könnten wir eigentlich sogar auch durchwürfeln, bis wir unsere Champions zusammen haben. Die VG-Klinge haben wir noch bekommen. Die können wir Ash geben, ne? Dann gucken wir mal durch. Keiner. 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 Wir lassen gleich wieder, mal gucken. Hey, den haben wir rausgehauen. Ah, mal kleiner Kerl. Nichts. Sehr schön. Volibear. Jetzt warten wir erstmal wieder, glaube ich. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ach, dann zwei rum kommt da zum Beispiel. Der geht komplett durch Dritter und Noble, wie es auch so ist. Ich werde jetzt weiter. Hier haben wir nichts. Nichts. Eine Lissi nochmal. Da machen wir. Noch eine Lissi. Dann hätten wir eine... Dann wären wir mit Ash... Nee, mit Ari erstmal. Ach, guck mal. Dann haben wir wieder hier den Pipe hinten, der durchspringen will. Dann haben wir wieder einen raus. Es sind nur noch drei im Spiel. Wenn wir eine Lissi finden, nehmen wir eine Lissi. Weil dann hätten wir eine 3er. Haben wir aber nicht. Das heißt, wir nehmen für Ash im Grunde... Hier die Angriffsgeschwindigkeit. Und die haben wir dreimal da. Also es ist egal. Hier sehen seltsam aus. So ein bisschen. Vielleicht hat man Ari gesehen. Vielleicht hat man Ari gesehen. So, dann wo kommt Ash Demir? Kann zu Krippen. Jetzt können wir ihn nochmal durchwürfeln. Und nun steht Joami. Oh, lieber ja schon wieder. Es ist immer so was halbes und nicht ganzes, was wir hier so haben. Mist, da war die Lissandra gerade. Oh ja, hier mit seinen Atastinen. Jetzt haben wir gerade Fallon. Aber da können wir ja sogar was gegen machen. Wir werden jetzt... Wolli, Bär und Vorvik nach hinten stellen. So. Wir finden keine Lissandra mehr. Doch! Das ist schonmal so. Sehr schön. Und dann sind wir auch pleite. Ja, ist wieder er. Ja, ist wieder er. Na, schau mal. Aber... Aber... Jetzt haben wir nochmal Brache. Na, finden jetzt irgendwo unsere Champions hier aber nicht mehr. Es fehlt auch nur noch einer. Sejuami. Sollte aber so passen. Dann werden wir gleich mal probieren. Wir werden unsere einfach hier rüber stellen. Dann können die Atastinen hier nur nach links springen. Vielleicht... Jetzt haben wir das nur hochgeschrieben. Nein! Auch... weil er mit seinen assassinen rund die ganze zeit nach dort springt und wir schauen einfach mal ob wir das so ein bisschen ausspielen können mal gucken natürlich stehen seine assassin auf der seite ach das war aber der glaube ich oder? oder die haben beide fast das gleiche team ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher ja mal wieder eine ash ARI brauchen wir nicht, also bringt uns nichts mehr ja dann bleibt es jetzt so war das der? ach das ist gar nicht der mit den assassinen ok ok oh dann müsste ich anders hinstellen aber der assassin-spieler ist weg das ist schon mal super ja 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 jetzt können wir aber wieder praktisch unsere tanks nach vorne stellen ja ja jetzt können wir nochmal würfeln ne nein nein ne ne ach es könnte so einfach sein wir könnten eigentlich so ja das sieht ja von hier besser aus ja wir wollen unser erster sieg bei teamfight taktic danke für das zuschauen